Ich weiß, es wird jetzt den ein oder anderen Eiweißschlucker geben, der auch das in Frage stellen wird. Aber der Mofo ist Strafrechtsprofessor. Da kann ich mir auch... Ich feiere gerade. Innerlich. Der Prof gibt mir die ganze Zeit recht. Wow. Ich muss sagen, entweder guckt dieser Professor zu viel Ruse-Alter, oder Ruse hat die ganze Zeit richtig gelegen. Haben wir nicht das alles vorausgesagt? Jamen, Sierk. Professor Ruse. So, ich zoome mal ein bisschen ran, weil ich ein bisschen blind bin. Und versuche euch mal das vorzulegen. Es ist sehr interessant, denn hier wird wieder ein Experte befragt, den wir auch schon mal in der Sendung hier hatten. Und zwar, warum dauert der Abo-Chaka-Prozess so lange? Das ist natürlich sehr interessant, nicht nur für Hip-Hop-Fans wie uns, nicht nur für Römer, Talker, nicht nur für Eiweiß schluckende Römer, sondern auch, glaube ich, für den Staat und für den Rest der Menschen. Weil, ich meine, das Ding kostet sehr, sehr viel Geld. Interessant für jeden Steuerzahler, würde ich fast sagen. Warum dauert der Prozess so lange? Seit dreieinhalb Jahren steht Arafat in Berlin vor Gericht. Strafrechtsprofessor Martin Heger findet das Verfahren überzogen. Und ich finde das interessant, dass ein Strafrecht-Experte dasselbe sagt wie ein Vollidiot auf Twitch. Das wäre dann ich. Das ist aber interessant, dass wir da zum selben Ergebnis gekommen sind. Also, hat Arafat den Rapper Bushido genötigt und seine Freiheit beraubt, als dieser aus der gemeinsamen Geschäftsbeziehung aussteigen wollte und reicht die organisierte Kriminalität bis in die Deutschrap-Szene. Das versucht seit bald dreieinhalb Jahren das Berliner Landgericht herauszufinden. Dort müssen sich Abochaka und drei seiner Brüder wegen eines Vorfalls aus dem Jahr 2017 verantworten. Damals sollen sie Bushido nach einem Streit im Büro eingesperrt und eine Flasche nach ihm geworfen haben. Doch ist dieser Aufwand gerechtfertigt? Fragen an Martin Heger, Strafrechtsprofessor an der Berliner Humboldt-Universität. Also ich meine, Leute, das ist ein Strafrechtsprofessor. Ich weiß, es wird jetzt den einen oder anderen Eiweißschlucker geben, der auch das in Frage stellen wird. Aber der Mofo ist Strafrechtsprofessor. Also die Zeitung fragt, wie blicken Sie als Strafrechtsprofessor auf den Prozess gegen Arafat Abutak? Martin Heger sagt, ich verfolge das Verfahren in den Medien und es hinterlässt mich ratlos. Es geht hier nicht um Mord, Totschlag oder ein Sexualdelikt oder Sexualdelikte. Ich halte es für ein Ärgernis, dass man ein Verfahren so führt. Also haben wir das eigentlich schon auf der Liste, Ilja? Martin Heger, Professor aus Berlin, bitte anschreiben für was los. Weil ich meine, ein Experte spricht mit dem anderen Experten. In dem Prozess geht es unter anderem darum, ob der Rapper Bushido vielleicht in die Geschäftsbeziehung mit seinem damaligen Manager gezwungen wurde. Soll ein so komplexer Sachverhalt nicht ausführlich aufgeklärt werden, ist die Frage? Herr Meister schreibt, ja, aber in Strafverfahren gibt es auch ein Beschleunigungsgebot. Inzwischen sind mehr als 100 Verhandlungstage ins Land gegangen, an denen sich Polizisten, Richter, Wachtmeister fast schon rituell sammeln. Jeder Angeklagte hat das Recht darauf, dass irgendwann Schluss ist. Und hier geht es um den folgenlosen Wurf mit einer Plastikflasche. In Klammern, böse Zungen behaupten, es wäre eine Erikli 05. Wir wissen es nicht, wir waren nicht da. Die kann man auch nicht beweisen, kann man es nicht. Erikli 05, die bei einem Kauf, wo man noch Sujuk und so gekauft hat, hat man das mitgenommen. Darauf hat es so einer, ich weiß. Der holt keinen Evian, der holt Erikli. Ja, Leute, ich weiß, es ist lächerlich, aber alles ist lächerlich. Der Strafrechtsprofessor sagt, ein Angeklagter hat auch Rechte. Das sehen natürlich Eiweiß schluckende Menschen nicht, die viel Eiweiß nehmen wegen hier. Eiweiß ist gesund. Und, Mann, eigentlich müsste die Frau Staatsanwältin Leisner sich das mal durchlesen. Also, im Strafverband gibt es auch ein Beschleunigungsverbot. Inzwischen sind mehr als 100 Verhandlungstage ins Land gegangen, an denen sich Polizisten, Richter, Wachtmeister fast schon rituell sammeln. Jeder Angeklagte hat das Recht darauf, dass irgendwann Schluss ist. Und hier geht es um den folgenlosen Wurf einer Plastikflasche und einer Freiheitsberaubung von vier Stunden. Dazu eine Beleidigung, ja mein Gott. In diesem Milieu ist ein solcher Ton wahrscheinlich sogar Ausdruck der künstlerischen Identität. Normalerweise verhandelt man Prozesse dieser Art vor dem Amtsgericht. Warum betreibt die Justiz ihrer Meinung nach so einen Aufwand? Ja, weil man sich verrannt hat und das Verfahren zu groß aufgezogen hat. Man dachte wahrscheinlich, hier sind zwei Promis, die sich auch rechtlich eine Schlammschlacht liefern. Und der Angeklagte Arafat Abou-Chaker ist für die Justiz kein unbeschriebenes Blatt. Man war froh, gegen diese Familie den Clan, einen Zeugen mit Streetcred zu haben und wollte scharf auffahren. Mich erinnert das ein wenig an die Strategie der Nadelstiche. Ihr erinnert euch, die Strategie der Nadelstiche. Wir gehen so lange zu Shisha-Bars, bis wir... Ihr wisst doch, wer hat das gesagt? Der Rau, die Strategie der vielen Nadelstiche. Ja, aber das ist nicht recht. Das ist rechtlich und unsauber. Ihr wisst doch, ich glaube, das war der NRW-Rau-Dude, der diese Zitat... Oder Reul oder wie der heißt, nicht Rau, Reul. Auch so ein Hänger, Alter, ein richtiger Hänger. Mit der Strategie der Nadelstiche gehen behörden seit einigen Jahren gegen die sogenannten Clan-Kriminalität vor. Razzien finden in Läden und Lokalen statt, in denen Kriminelle verkehren könnten. Das ist nämlich das Problem. Es wird dann jede Shisha-Bar kontrolliert, so sagt der Professor, bis man eine hinterzogene Mehrwertsteuer von 15 Euro gefunden hat und denkt, jetzt kann man weitersuchen. In diesem Fall hofft man, endlich jemand eine Angel zu haben, den man schon lange haben will. Und jetzt will man sich nicht eingestehen, dass man mit Kanonen auf Spatzen schießt. Wow. Ich muss sagen, entweder guckt dieser Professor zu viel Ruse-Altar oder Ruse hat die ganze Zeit richtig gelegen. Ich muss da sagen, ich bin, also ich mache ja auch viel Spaß und so um den Prozess herum, aber ich muss echt sagen, es ist wild, dass wir hier bestätigt werden von einem Prof. Geil. Zur Verteidigung der Berliner Justiz muss man aber sagen, dass sie überlastet ist und die Corona-Pandemie viel verzögert hat. Da sagt der Martin, über schwere Vorwürfe kann man natürlich lange verhandeln. Man denkt an den NSU-Prozess, der über fünf Jahre ging. Aber hier dauert ein Verfahren wegen einer Flaschenwurfs und vier Stunden eingesperrt sein, länger als der Stammhain-Prozess. Und das ist interessant. Wer, ey, ohne Scheiß guckt der zu viel Ruse? Das sage ich doch immer. Wobei ich sage Nürnberger Prozesse, er sagt jetzt Stammhain. Stammhain ist doch, ist das, ich weiß gerade nicht, ist das Berlin oder ist das Dings? Klingelt, aber ich wusste jetzt gerade nicht. Stuttgart, RAF, okay. Aber, ey Leute, ich feiere gerade innerlich. Der Prof gibt mir die ganze Zeit recht. Nein, aber ey, ich habe immer aus Gag gesagt, aus Spaß so, ey, Alter, das dauert ja länger als die Nürnberger Prozesse. Das kann doch nicht sein. Der Prof sagt das auch. Ah, okay. Was wäre der Ausweg? Das ist eine gute Frage. Was könnte man machen? Man könnte eine Einstellung des Verfahrens gegen Auflagen überlegen. Schon alleine, weil die Überlänge unzumutbar für den Angeklagten ist, die unter diesem Damoklesschwert eines völlig unklaren Ergebnisses leben und in der Öffentlichkeit bloßgestellt werden. Das Verfahren selbst ist hier fast schon die Strafe. Und das muss man sagen, Leute, wenn ihr euch erinnert, wir haben schon mal diesen Prof gelesen und der hat schon mal gesagt, das Verfahren darf nicht zur Strafe selbst werden. Bedeutet, seit fast drei Jahren ist Arafat da zweimal die Woche, manchmal größere Abstände, muss er auftauchen. Ein Bushido zum Beispiel muss das nicht. Das ist ja schon, der kann nicht wirklich in den Urlaub, der kann nicht einfach verreisen. In der Öffentlichkeit ist er dauernd der Typ, der vor diesem großen Prozess ist und blablabla. Und das ist ja schon auch eine Strafe, dadurch, dass du deine Zeit so einteilen musst. Der Arafat hat mir mal gesagt, ich weiß nicht mehr, in welchem Video das war, er meinte, das ist wie Berufsschule. Ich muss da zweimal die Woche auftauchen. Haben wir nicht alles vorausgesagt? Haben wir nicht das alles vorausgesagt? Jamensiak, Professor Roos, weil er sich dort äußert? Nee, das stimmt überhaupt nicht, Tuxmann. Nee, gar nicht, Bro. Tuxmann vermutet, dass er da immer ständig antanzen muss, weil er sich da äußert. Nein, er ist der Angeklagte, er hat die Pflicht, da zu sein und er hat bis heute noch nichts gesagt. Also lagst du ganz weit. Also schmerzelt du Pratt. Okay, was wäre der Ausweg, ist hier die Frage. Man könnte eine Einstellung des Verfahrens gegen Auflagen überlegen. Das hat schon oft stattgefunden, wenn ihr euch erinnert. Bei der Selbstkostenkiste wurde das Verfahren gar nicht erst gestartet. Er hat einen Zwanziger bezahlt, 20K und das Ding wurde beendet. Und damit ist auch gut. Du belastest nicht den Steuerzahler, du belastest die Gerichte nicht. Jeder weiß, worum es geht. Die Sachlage ist klar, der Typ ist geständig. Oder eben, die Sachen sind klar. Dann sagt man, pass auf, wir gehen in den Gericht, dann kann Schlimmeres passieren. Oder dies oder das. Hier ist ein Angebot. Mini-Kuh-Handel, let's go. Zwar nie und gut ist. So, Beispiel. Nein, nein. Tuxmann sagt, Arafat sitzt also da nur und muss zuhören. Dachte, er wird da immer wieder befragt. Nein, nein. Er ist bei Schuldigter Angeklagter. Er muss gar nichts. Die Schuld muss ihm bewiesen werden. Das ist ja auch der ganze Scheiß mit, jetzt auch mit Twingo und so. Die jetzt schon Videos machen, ich bin schuldig, blablabla. Bruder. Wird im Knast gehen, der Kuchen ist ja ein richtig selten dämlicher Typ. Der Kuchen muss wegen Bildung organisierter Kriminalität, was ist der Junge? Der Junge, die haben alle wirklich die Realität nicht. Die sind alle Internetkinder, die haben, also auch dafür, dass sie Internetkinder sind, warum googeln die nicht mal was? Naja, auf jeden Fall, wenn du Beschuldigter bist, musst du nicht reden. Du kannst natürlich, wenn du denkst oder dein Anwalt dir sagt, pass auf, zeigen wir uns kooperativ. Das kann vielleicht für dich gut sein und so weiter. Man sagt ja nicht, also es ist ja nicht von ungefähr, dass man sagt, alles was du sagst, kann auch dich selber dann irgendwie belasten. Weil wenn du etwas sagst, dann hat man natürlich, womit man arbeiten kann. Wenn du gar nichts sagst, hat man gar nichts. So, die Schuld muss dir bewiesen werden und deswegen macht Arafat das, also er macht ja bisher das, dass er nichts sagt, wobei man sagen muss, er hat ja indirekt was gesagt. Es ist ja, die Audio-Material ist ja rausgekommen, Stern hat darüber berichtet, bla bla bla. Ich denke, das ist das, was er sagen würde, wenn er was sagen würde. An dieser Stelle möchte ich sagen, ich weiß nicht, von wem die Audio-Released wurde. Das kann man natürlich vermuten, aber man kann es nicht wissen tun. Also, ich denke, das sind so Sachen, die für ihn gesprochen haben. Sagen tut er nichts. Und ich denke, dass sein Anwalt ihn berät und ihm gesagt hat, wir sagen gar nichts, sollen die beweisen. Ich denke auch ratsam. Oder erhebt sich das auch bis zum Schluss. Die sollen aufpassen, das ist eine 0,5-Eckige. Die tut auch ein bisschen mehr weh. Naja. Wir schauen mal weiter. Prozesse sollen aber eine abschreckende Wirkung haben, sagt hier die deutsche Zeitung, der Journalist zu dem Prof. Wobei ich sagen muss, diese hier hat hier gar keine abschreckende Wirkung, Bro. Es mag der Gedanke sein, sagt der Professor, dass es sinnvoll ist, jemanden in dieser Weise fortzuführen. Mit Strafrecht hat das allerdings wenig zu tun. Denn eigentlich soll erst nach einem Schuldspruch die Strafe abschrecken. Bis dahin gilt die Unschuldsvermutung. Aber wir wissen, Leute, ihr wisst das aus dem Internet. Ob das, ob bei mir war das jetzt so, bei Arafat ist das so, ich bin mit Arafat in einer Liga eher, wir sind Bandenkriminalität. Ne, aber es ist ja, das sei natürlich schon lange vorverurteilt. Und Bushido sorgt natürlich mit seinem Imagewechsel oder suchter Imagewechsel. Er ist der liebevolle Vater, er hat viele Kinder, seine Frau ist Influencerin. Er ist ein Basic-Family, so Basic-B-Promi. Meine Frau ist Influencerin, ich bin Vater. Wir machen Dokus auf RTL. Hat er natürlich auch nochmal, nochmal den Unterschied zwischen sich und Arafat, zu Ungunsten Arafats sozusagen darstellen wollen. Und ja, das ist schon crazy, man. Und er schwitzt nicht, das wissen wir ja vom Schmanimus, der Eiweiß-Lutscher. Schmanimus! So, der Rapper Bushido streitet sich mit seinem früheren Manager Abou-Chaker nebenbei noch zivilrechtlich. Um riesige Summen. Zuletzt wurde Abou-Chaker nicht rechtskräftig dazu verurteilt, knapp 1,8 Millionen Euro an Bushido zu zahlen. Ist noch nicht rechtskräftig, da werden die noch, da arbeiten die dann noch dran, so wie ich das sehe. Hat sich die Justiz vielleicht von Bushido instrumentalisieren lassen? Ey, dieser Journalist, ne, wie heißt der? Guckt ihr jetzt zu viel Ruse, Alter? Interview von Verena Mayer. Kann mal einer checken, ob Verena Mayer zufälligerweise mir auf YouTube oder Instagram folgt? Weil das ist, das ist mein Satz seit zwei Jahren. Dass die Justiz sich hat von Bushido instrumentalisieren lassen und ich gehe davon aus, dass die Staatsanwaltinnen und in der Politik die Leute nicht ganz so doof sind, sondern einfach das gerne auch mitgemacht haben, weil die sich gedacht haben, wir haben ja einen ganz großen Fischernangel. Da ist uns das ganz egal. Naja, nein, sagt aber der Prof, die Justiz wollte die Gunst der Stunde ausnutzen. Ja, aber das heißt doch, die haben sich gerne instrumentalisieren lassen. Man hatte einen Streit und einen Zeugen, der sich öffentlich darzustellen weiß und über den Medienbericht, über den die Medien berichten. Es kann aber natürlich sein, dass Bushido dachte, dass er nach einem Schuldspruch Abuchakas bessere Karten in seinem Zivilrecht hat. Das ist übrigens auch das, was ich mal vermutet habe, aber gut, wissen Sie es nicht. Dann hier, boah, das ist jetzt so ein bisschen komisch zu lesen, ich versuch's mal. Seit einiger Zeit wird der Begriff Clan-Kriminalität von Juristen kritisch gesehen. Wie stehen Sie dazu? Ich bin Zwiegespalten, sagt der Prof. Einerseits ist Clan kein Rechtsbegriff. Wenn in einer Familie, in der alle gleich heißen, ein Drittel kriminell ist, heißt das im Umkehrschluss, dass zwei Drittel nicht kriminell sind. Man muss also sehr aufpassen, dass man nicht eine Sippenhaft begründet. Andererseits sind das Phänomene, die es in dieser Weise in Deutschland vor der Existenz entsprechender Familienstrukturen nicht gab. Da muss ich aber widersprechen, Professor, ich glaube, die gab es auch in Deutschland. Vielleicht nicht in den letzten 20 Jahren oder 30 Jahren, aber vielleicht nicht auf dem Shisha-Bar-Level. Aber es gibt ein paar größere Familienclans, wobei ich da nicht sagen will, dass sie kriminell sind. Aber diese Clan-Struktur, dass man unbedingt zusammenhält, dass man aus der Familie die Leute supportet, dass man alles in der Familie macht, unbarmbar. Aber vielleicht meinte er das nicht. Wenn er sagt, es geht nur um Community, dann kann man das natürlich nicht sagen. Die BMW-Familie oder so, die ist nicht kriminell oder so. Zu der Zeit, wo die was gemacht haben, war das ja nicht kriminell. Das war ja konform. Das war ja konform. Nee, ist ja so. Da hat er recht. Inwiefern ist nochmal hier die letzte Frage, nee, die vorletzte Frage. Es gab früher kriminelle Gruppen, die aber basierten nicht auf Familienstrukturen. Ob man das Wort Clan, das ja eine Familie negativ konnotiert, verwenden sollte, weiß ich nicht. Aber den Begriff Clan-Kriminalität finde ich nicht schlecht, weil er impliziert, dass sich aus einer Clan-Struktur heraus bestimmte Formen von Kriminalität ergeben, die bestimmte Probleme bei der Ermittlung mit sich bringen. Man kann in einem Clan keine verdeckten Ermittler schicken, zum Beispiel, der müsste dort ja hineingeboren sein. Oder man muss damit leben, dass ein großer Teil der Leute ein Zeugnisverweigerungsrecht hat, weil sie natürlich miteinander verwandt sind. Auch die von denen, man weiß, dass sie es nicht waren. Dann letzte Frage hier, man könnte doch einfach von krimineller Vereinigung sprechen. Das sind einmal Strukturen, sagt der Prof, die nicht mit kriminellen Vereinigungen vergleichbar sind. Es geht ja nicht nur um eine zufällige Häufung von Einzeldelikten, gleichnamiger Täter, sondern um Vermögensaufbau oder Vermögensabschöpfung, Statussymbole, den herausgehobenen Charakter der Straftaten. Also, dass man kein Geheimnis daraus macht auch. Das kann man am ehesten mit mafiösen Strukturen vergleichen, aber die Mafia ist viel offener als Clan-Strukturen. Es gibt zwar eine Leitungsfamilie, aber man kommt auch ohne familiäre Connections in die Mafia hinein, zum Beispiel. Das wüsste er. Interessant, also das Thema Clan-Strukturen, hat er nicht Unrecht. Es gibt natürlich dieses Thema, wenn man verwandt ist und verschwägert ist, das wird ja auch um ein Gericht gefragt, ist deine Aussage problematisch, natürlich. Dann gibt es natürlich die Sache, dass wenn man mit jemandem verwandt ist, man wahrscheinlich eher den Mund hält. Man ist befangen, man hält den Mund und, und, und. Das heißt, familiäre, echte familiäre Zusammenhänge sind nochmal wirklich anders als kriminelle Vereinigungen, die, was weiß ich, bei Rockern ist es einfach ein Zusammenhalt durch, was weiß ich, irgendwelche, was weiß ich, Rocker, Mafia. Die haben ja auch, die sind auch zusammen, die hängen auch zusammen und haben auch ihre Kodexe und, und, und alles. Aber natürlich jetzt nicht wirklich miteinander verwandt. Das ist dann schon was anderes. Das ist das, was er meint. Das verstehe ich natürlich. Ja, das ist natürlich jetzt auch mal ein ganz anderes Thema. Das finde ich aber sehr interessant. Vielleicht können wir mit ihm, wenn jetzt so was loskommt, können wir natürlich den Prozess mal besprechen mit ihm, aber auch nochmal diese Clan-Strukturen sprechen. Weil natürlich ist der Nachteil, und das hat er ja auch gesagt, dieses Wort des Clan-Strukturen und auch diese ganze Nadelstich-Scheiße, ist natürlich der Nachteil, dass wenn du sagst, ey, 10%, 20% von dieser Familie haben, sind bei Spiegel-TV, gehen die rein und raus. Sind bei Spiegel-TV auf der Topseite. Ja, dann hast du aber 80%, die damit nichts zu tun haben, die aber denselben Namen tragen. Das ist natürlich, sind das die Leidtragenden. Das ist auch ein Problem. Ja, Daniel schreibt, der Rosberg hatte ja auch die Hoffnung, dass er in den Clan aufgenommen wird. Ja, aber man kann, aber das, was er sagt, mit dem V-Mann einführen, das ist nicht ganz richtig. Glaube ich nicht, weil wenn beispielsweise Clans, Familie XYZ, ich will jetzt keinen Namen nennen, wenn die was machen, sind ja nicht nur Leute aus der Familie dabei. Es ist ja voll oft so, dass die aus befreundeten Familien oder auch andere Leute immer auch dabei sind. Ich meine bei, also, das weiß man doch. Also, man kann schon sicherlich jemanden aus der Szene Donnie Brasco-mäßig einschmusen. Der müsste nur lange genug mit denen rumhängen, ihr Vertrauen gewinnen. Und ganz, wenn wir ganz ehrlich sind, Alter, brauchst du nur ein halbes Jahr in einem gewissen Milieu chillen mit einer dicken Karre oder einigermaßen Statements, musst ein paar Statements setzen. Dann wirst du auch eingeweiht und dann machst du auch mit bei sowas.